Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Split. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Split. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe des Spiels, ist auch gar nicht mal so schwer. Und am Ende noch ein kleines Fazit. Jumbo ist der Verlag, Kim Vandenbruck, Autor bzw. Autorin, ab 8 Jahren 15 Minuten Spielzeit. Richtig also für ein einfaches, lockeres Kartenspielchen für 2-5 Personen. Und die Karten seht ihr auch hier. Das sind natürlich unterschiedliche Zahlenkarten, niedrige bzw. hohe Werte 100, sind auch ein paar Joker dabei. Und diese Karten, die mischt ihr gut durch und jede Person bekommt 7 Karten. Also eine Person, die bekommt gleich 9 Karten. Na wie gemein, super. Dann starte ich gleich mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Karten. Keine Sorge, wer mit 9 Karten dann startet, der muss erstmal gleich 2 Karten in eine Auslage legen. Und jetzt nicht mogeln, ehrlich spielen. Ihr müsst nämlich euch den höchsten und den niedrigsten Wert dann rausnehmen aus eurer Hand. Und die legt ihr dann in die Mitte. Passt das? Ja, das passt. Die anderen Karten lege ich mal offen erst einmal aus. Die nehmt ihr natürlich auf die Hand. Und so wird weiter gespielt. Das heißt, die nächste Person, die dran ist, spielt jetzt keine 2 Karten, die spielt eine Karte aus. Ziel ist es ja, alle Karten loszuwerden. Und jetzt muss eine Karte ausgespielt werden zwischen 2 und 67. Die legt man dann in die Mitte. Kann man nicht. Ja, dann hat man Pech gehabt. Dann nimmt man die Karten, legt sie in den Ablagestapel und zieht 3 Karten nach. Und schaut wieder seine Karten an und spielt wieder die niedrigste bzw. die höchste dann aus. Kann man bzw. muss man. Man will ja alle Karten loswerden. Aber hier landet ja eine Karte in der Mitte. Zum Beispiel die 48. Kommt mal alles so ausspielen. Die nächste Person, die dran ist, wird allerdings jetzt erst einmal diese Karte dann nehmen und auf einen der beiden Stapel dann legen. Das heißt, es verkleinert sich die Möglichkeit, die Anzahl der Karten. Es wird also schwieriger, eine Karte auszuspielen. Es wird also immer enger, sodass man irgendwann auch nicht spielen kann. Und dann nimmt man die Karten, wie erwähnt, zieht vom Stapel wieder 3 Karten. Danach nimmt die anderen Karten mit dazu und schaut wieder niedrigste, höchste Zahl und spielt die dann aus. Aber eine Strafkarte hat man auf jeden Fall auf der Hand behalten. Das sind auf jeden Fall die Möglichkeiten. Und so spielt man reihum immer wieder weiter, bis dann eine Person keine Karten mehr auf der Hand hat und dadurch das Spiel gewonnen hat. Ja, es gibt noch die Joker. Ich habe es ja vorhin erwähnt. Hier diese Karten, die kann man natürlich jederzeit ausspielen. Das ist natürlich eine tolle Option, wo man hat, wo man dann auch links und rechts platziert. So wird das Ganze noch ein bisschen turbulenter. Aber das ist die einzige Möglichkeit durch die Joker. Ansonsten bleibt es bei den üblichen Spielabläufen. Und so geht das Ganze etwa so 15, 20 Minuten. Auch ein bisschen abhängig von der Spieleranzahl. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Split. Ich habe euch die Standardregel gezeigt. Man kann es auch kooperativ spielen. Haben wir jetzt aber nur zwei-, dreimal gemacht. Hier geht es natürlich darum, dass keiner quasi zugreifen kann oder zurücksetzen kann. Ihr müsst versuchen, eure Karten loszuwerden. Das ist euer großes Ziel. Aber wie gesagt, gängig, beziehungsweise öfters haben wir eher nach den Standardregeln dann absolviert. Split, ein Spiel aus dem Hause Jumbo. Und ja, das hat mich dann doch sehr stark an Jumo erinnert. Eines der Spiele, die wir aktuell sehr gerne spielen, wo auch in eine ähnliche Richtung geht. Klar, hier sind noch ein paar andere Mechanismen. Aber das Spiel ist aktuell zumindest ein starker Konkurrenz zu diesem Spiel. Und manchmal ist es so, wir schöpfen hier quasi schon auf dem Vollen. Und dadurch kann ich euch natürlich viel zeigen, viel präsentieren und viel vergleichen. Und bei diesem Spiel wird es deutlich, da hat man auf jeden Fall den Bezug vor Jumo. Aber dieses Spiel, aber ach, die ist auf jeden Fall viel einfacher und richtet sich vielleicht eher an diejenigen, die weniger spielen, weniger Erfahrung haben, wenig regeln wollen, einfach schnell losspielen wollen. Wobei bei uns hat das Spiel dann doch schnell an Reiz verloren. Wir greifen dann doch lieber zum anderen genannten Spiel, was einfach einen gewissen Wiederspielreiz ausmacht. Und das ist bei diesem Spiel dann doch nicht so gegeben. Wir haben einige Partien gespielt, aber das ist mal dann doch recht schnell die Luft raus. Wir haben es meistens zu dritt und zu viert gespielt. Das ist angezeigt mit zwei bis fünf Personen zu zweit. Habe ich es jetzt nicht gespielt, funktioniert sicherlich. Aber wir haben es auch schon gesehen von der Tendenz, gerade wenn man spielt und agiert und andere ein bisschen ärgert und sich je nachdem auch merken kann, die Kartenhand ist natürlich zu zweit einfacher. Aber zu dritt, zu viert hat es dann doch ein bisschen mehr ausgemacht, als wenn man es wahrscheinlich zu zweit spielt. Wenn ihr es schon gespielt habt, dürft ihr es auf jeden Fall gerne ergänzen. Aber der Spaß, und das war für mich der wichtige Punkt bei dem Spiel, er hat dann doch sehr schnell nachgelassen, sodass wir dann über die letzte Zeit dann doch weniger Partien gespielt haben. Und das Spiel gibt es ja auch schon ein paar Monate auf dem Markt. 15 Monate Spielzeit, das passt. Das geht auch recht flott. Da braucht man ein großes Nachdenken. Ist natürlich auch ein gewisser Glücksfaktor dabei. Ein paar taktische Elemente hat man. Und was die Altersangabe angeht, mit acht Jahren, das passt. Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Jumbo, wie gesagt, der Verlag, wenn ihr sagt, das ist genau das Richtige, soll auch nicht suchanspruchsvoll, soll leicht bleiben, dann macht er bei dem Spiel auf jeden Fall nichts falsch. Ihr wisst jetzt Bescheid, konntet euch sicherlich aufgrund der Informationen schon eure eigene Meinung bilden. Und wenn ihr es euch holen wollt, je nachdem, beim Händler, gibt es ja viele Händler, gerade Jumbo ist ja auch sehr stark vertreten. Oder ihr schaut gerne über die unten genannten Links, ihr wisst ja, da unterstützt ihr ja uns automatisch. Das war Split, Kim Wandenbruck, Autor, Autorin, Jumbo, der Verlag. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald. Ich sage euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.